Also ich bin sehr dankbar, dass wir uns hier als Korpas vorstellen können. Korpas e.V. ist ein Netzwerk von Herstellern, wissenschaftlichen Einrichtungen und Anwendern von unbemannten Flugsystemen. Wir vertreten unsere Unternehmen auf dieser Messe und wir sind ein Netzwerk, das sich insbesondere um das Thema wissenschaftliche Ansätze, Projektakquisitionen kümmert und wir freuen uns darüber unser Portfolio vorstellen zu können und sind immer gerne bereit neue Partner in unserem Netzwerk Korpas.de aufzunehmen.